In diesem schönen Park steht nun auch das internationale Institut für wirtschaftliche und soziale Studien der Stiftung im Grüne, das Gottlieb Duttweilers Namen trägt. Hier finden nun auch die alljährlichen internationalen Studientagungen statt. Sie gelten zur Hauptsache der Aussprache über die modernen Tendenzen und Probleme der Warenverteilung, aber auch anderen, die menschheitbewegenden Fragen. In einer für persönliche Kontakte geeigneten Atmosphäre leisten so alljährlich rund 300 Persönlichkeiten aus Europa und Übersee wertvolle Arbeit.